hallo und herzlich willkommen zur zwölften folge unseres let's play the planet crafter ja wir haben hier so ein bisschen treppe runtergebaut wir haben endlich auch das bio was können wir denn noch schönes bauen wohnabteil aus glas ja das bringt im augenblick finde ich noch nichts die außenlampe die braucht nur strom das ding müssten wir bauen diese raketen startplattform die müssen wir wohl nicht direkt hier anbauen sondern dafür wäre es sinnvoll dann nach unten weiter die treppe zu bauen und dann da unten das irgendwo hin zu setzen das müssen wir uns mal angucken wie das am besten funktioniert dann den bohrer t3 also als erstes dreimal weil die will ich jetzt bauen habe ich mir mal gerade so überlebt dreimal haben wir noch dreimal dreimal titan dreimal so dann gucken wir mal wie wir die bauern können okay das heißt wir könnten dann der treppe von jeder unterbauen und da hinten dann weiter runter das ist natürlich auch eine möglichkeit auf jeden fall brauchen wir erstmal wieder strom gucken wir mal wie viel uns da fehlt 210 und 156 produzieren okay wir brauchen für einen besonnen das kriegen wir nicht hin da brauchten wir die drei für eisen magnesium silizium eisen magnesium silizium aluminium und firma kobold und firma kobold gut dann kann man zwei stück bauen gut und ich glaube das reicht immer noch nicht nur 195 von 210 mindestens zwei wir haben so kein titan mehr da haben wir noch genug von aluminium auch noch genug kobold auch für zwei also wir brauchen titan mindestens zweimal titan ansonsten können wir natürlich alles sammeln aber erst mal diese beiden titan mindestens eins eisen bauen wir immer das kann man einfach alles sein so nämlich was hier ist ja 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 Im Winter früh, alle sollten nach oben. Im Winter früh, alle sollten nach oben. Im Winter früh, alle sollten nach oben. So, was war das nochmal? Ich brauche zweimal Eisen, zweimal Magnesium, zweimal Silizium. Zweimal Eisen, zweimal Magnesium, zweimal Silizium. Zweimal Kobold, viermal Kobold, zweimal Aluminium. Und ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. So, was war das? So, was war das? Gut. Okay, dann gucken wir mal hier. Da sind wir noch nie soweit. Ich hatte ja überlegt, ob ich einen Reaktor baue. Auch wenn mir das eigentlich gegen Strich geht. Aber ja, okay. Ich würde ihn bauen, weil ansonsten kriegen wir unser Energieproblem hier nicht in den Griff. Die Reaktoren würde ich auch so ein bisschen abseits bauen, aber naja, okay. Dafür brauchen wir Uranstäbe. Dafür brauchen wir Uranstäbe. Für Uranstäbe, habe ich in Erinnerung, brauchen wir genauso wie bei Iridium neun Stück, um einen Stab zu haben. Das heißt, wir brauchen hier eine Rakete, die uns Uran holt. So geht das. So. Zieht Uranasteroiden. Okay. Und Magnet. Iridium. Ne, Iridium brauchen wir nicht. Das haben wir erstmal noch genug. Wir brauchten also ein Raketentriebwerk. Das Kobalt ist nicht das Ding. Und zweimal. Und zweimal diese Superlegierung. Wir haben nur noch einmal. Ach, Moment, ein Uranstab haben wir. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wir haben einen Uranstab. Wir brauchen die Superlegierung. Drei Stück. Eine haben wir. Was brauchen wir denn für die Superlegierung, um die herzustellen? Kobalt, Eisen, Magnesium. Kobalt, Eisen, Magnesium. Silizium, Titan und Aluminium. Silizium, Titan. Uran. Ach, kriegen wir nur eins hergestellt. Na, das ist doch wieder. So, und wir können einen Rucksack. Ja. Da brauchen wir immer drei für. Iridiumstab, Uran und Superlegierung. Iridiumstab, haben wir sowas? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Na, kriegen wir auch nicht hin. Nein, falsche. Da. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal bei. Und baue da unten weiter. Da würde ich dann noch einen in die Richtung machen. Genau, das wir dann direkt rüber gehen. Dann einen in die Richtung. Ha, das funktioniert tatsächlich. Hm. So, dann können wir eigentlich hier direkt runter gehen. Kein Eisen mehr. Aber kein Ding. Dann sammeln wir jetzt erstmal Eisen. Ich gehe mal da hinten Richtung. ähm. Richtung unserer Startbasis. Da kann ich dann erstmal Sauerstoff auffüllen. Ja, wo ist sie denn? Da. Muss ich ein bisschen laufen? Sonst scheint das nicht. Ja, ja, ich weiß. So, auffüllen. Und dann gucken wir mal. Kobalt war auch schon ein bisschen wenig. Silizium, Magnesium hatten wir noch genug. Ich gehe da noch mal aus. Ich gehe da noch mal. Ich gehe da noch mal aus. Ich gehe da noch mal aus. Okay, ab zurück. So, da gehe ich aber nicht gerade runter, sondern dann gehe ich tatsächlich erstmal rüber. Weil wir wissen ja nicht, wie weit hier was voll läuft. Ich habe die Vermutung, dass das da irgendwann die Grenze sein wird. Das heißt, dieser ganze Bereich ist dann vielleicht irgendwann unter Wasser. Also bauen wir nicht hier gerade runter, sondern bauen in die Richtung erstmal runter. Gehen dann ein Stück rüber und dann da rüber. Und gehen dann da notfalls dann mit der Treppe wieder runter. Also wird etwas komplexer das Ganze. Macht aber nichts. Nee, das war ein Satz mit X. Okay. Oder? Nee, komm. Machen wir so. Ich will jetzt erstmal die Treppe bauen hier. Ja, ich weiß. Ist auch niedrig. So. Na, so geht das runter. Ja, so ist das gut. Dann würde ich gehen, stehe den Zahlen gesehen. So geht das runter. So geht's. Alle schauen. wassersammler das hört sich gut an so jetzt bauen wir so ein Teil dahin okay okay Sauerstoff ist auch gering jetzt wird es aber eng nein bitte nicht runterfallen jetzt hier Wasser hätte ich aber keinen Sauerstoff also rein und dann ganz schnell Wasser trinken das wird nichts mehr okay also darüber und okay okay das Wasser wäre jetzt auch fast alle gewesen zuerst habe ich auch nicht mehr viel also ich sollte echt Gas geben vielleicht sollte ich hier tatsächlich noch irgendwo so ein Notfall Ding irgendwie bauen wieder eingesammelt gut gut das habe ich dabei dann Eisen erstmal hier rein Kobold hier rein und ein bisschen Eis rausholen damit wir Wasser herstellen können okay das haben wir ähm dann Bohnen Kürbis so und ich wollte jetzt gucken was die Pilze bringen Kürbis das weg das weg das weg Bohnen bringen auf jeden Fall 60 das heißt die bringen schon mal recht viel und dann gucken wir mal mit den Pilzen was die uns bringen denn wenn die mehr bringen als die Kürbisse ist in Ordnung wenn nicht nehmen wir halt wieder die Kürbisse also und ich habe ja die Hoffnung dass wir irgendwann dann auch die 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 noch Bohnen finden so das wollte ich sagen ja damit sind wir am Ende dieser Folge und auch schon wieder am Ende einer Aufnahmesession weil es ist schon Wochenende und ich muss die Videos noch schneiden für Montag Dienstag aber am Montag noch mal ein bisschen Zeit ich habe am Dienstag ein bisschen Zeit dann für den Rest der Woche aufzunehmen ähm ja dementsprechend äh war eine kurze Aufnahmesession aber ich muss das andere Projekt heute auch noch fertig kriegen schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid lasst einen Daumen da einen Kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss denn die mit von diesem Vielen Dank.